Ich möchte euch gar nicht zu viel vorgeben für den weiteren Verlauf der Diskussion. Vielleicht können wir die Frage von Slavoj, was heißt das denn eigentlich, Kommunismus, auch wenn man... Aber konkret, konkret. Genau. Was sollen jetzt die Leute in Spanien zu? Genau, meine Frage. You're in the next. Just a second. Slavoj. On the one hand, did you notice, the protesters in Spain are saying, we distrust entirely the whole political class. On the other hand, that's for me the tragedy, their protest is still functioning as addressing someone. We are here, we want that. My God, who will that one be? This is the danger. Okay, thank you very much. Yeah, yeah, you're next. I wish this suggestion, but maybe... Entschuldigung. Vielleicht können wir für die weitere Diskussion die Frage noch mitnehmen. Marx hat ja... Teil die politischen Kämpfe und Proteste und Aufstände sozusagen betont jetzt in der Diskussion. Marx hat ja doch ein starkes Gewicht darauf gelegt, dass die Praxis, der Prozess des Kommunismus, von dem wir gesprochen haben, nicht nur eine politische, sondern eben eine ist, die sich im alltäglichen Leben, in der Produktion, in dem Zurückdrängen dessen, was er reelle Subsumption unter das Kapital genannt hat, sozusagen vollzieht und in diesem Prozess sich auch die Menschen ihre Bedürfnisse und wie sie sie befriedigen möchten, verändern. Und meine Frage wäre, vielleicht können wir die ein bisschen einfließen lassen in die Diskussion, was sind denn solche Anfänge in solche Praxen? Also wo können wir sozusagen jenseits der politischen, also jenseits aber in Verbindung mit dem politischen Aufrühren und Revolutionen auch Ideen entwickeln, wie der Einstieg in eine solche kommunistische Praxis als Prozess sozusagen möglich wäre. Aber jetzt, Alex. Okay, three points. I was desperate to get in, not because I disagree with what Slavoj said, but because what he said was so stimulating. And I want to make three points. When he says, who are the people in the squares of Spain addressing? The only sensible answer is themselves and people like them. In other words, what we see in these kinds of movements is the potential for a new collective subject that can begin to take us away from the existing system. But I think that it's absolutely true that there's a problematic aspect to these protests. And we can see the similar elements, although in much more complex form, in the Arab revolutions, which these are movements of emancipation which are exploding at a moment when the main ideologies of emancipation, whether we're talking about liberalism or socialism or nationalism, have been thoroughly discredited. And in the case of socialism, for the kind of reasons that Janina was talking about in terms of the legacy of Stalinism and so on. So people want to rebel. They want an alternative. They can't stand the existing parties and so on and so forth. But there's not an obvious ideological articulation for their struggles. And this is one of the major contradictions that we have to address at the present time. What would you call them? What would I have said to them? What would I have said to them is the problem that you have a political establishment which is locked into neoliberalism. So whoever you vote for, you get another neoliberal party. We need a different way of running society. We have to be... Give me time, Slavoj, for God's sake. All right. That's one point I wanted to make. I want to come back to the alternative because Christina also raised it. The second point I want to make is that when Slavoj says the interesting question in Egypt is not the 11th of February, the day, the blissful day when Mubarak fell, but the day after, the 12th of February and, you know, right up to wherever we are now. What is it? The 4th of June or whatever. I think that's absolutely right. And it involves an understanding that revolutions are processes, and they're processes in which you have a struggle about not simply for different definitions of the revolution, but also between revolution and counter-revolution. So, of course, the old order is trying to hit back through sectarianism and all that kind of thing, but that doesn't devalue the revolutionary process. It shows its open quality. And what's very impressive is, I mean, I was in Cairo three weeks ago, the way in which a very broad spectrum of what was opposition political opinion understands what's at stake in the sectarian attacks and mobilizes and organizes against it. But these are the opening stages in what I think will be prolonged periods of struggle. Third point about the alternative. What we need, in two words, is democratic planning. We have to have planning, precisely because of all the catastrophes that are building up with us, think of all the issues raised by Fukushima, think of global warming, which the elites have suddenly managed to forget about and things like that. And the choice really is between their planning in all, and to this extent I agree with Slavoj, the authoritarian imposition of controls from above, not necessarily on the Asian model, or another form of planning, which is democratic planning, which actually develops through struggle and develops through workers with the support of their communities being able to take control of their workplaces, creating networks that connect together, different workplaces that bind together producers and consumers, and that can begin to pull the way in which our economies are run towards a different set of priorities. I mean, I know what I'm saying is just a gesture, but part of, you know, part of why it's good that people like you and Badiou brought communism back on the agenda is because it provides a framework in which we can talk about all sorts of other things, like planning, like the kind of real democracy that Janine was talking about. So we're at the beginning of a process, not just of struggle, but of trying to define what the alternative is so that movements like the one in Spain don't lack an ideological articulation in the sense that it is so problematic at the present time. Thank you very much. Ja, zwei Probleme mit dem Kommunismus, nachdem wir über die Probleme im Kapitalismus gehört haben und darüber, dass es schwierig ist, vom einen zum anderen zu gelangen. Das eine ist ein operativ-logisches, also dass das angeblich nicht geht, dass demokratische Planung angeblich nicht geht. Das andere ist ein historisches, nämlich, dass immer wieder gesagt wird, ist ja schief gegangen, die hatten keine Südfrüchte und so weiter. Zu dem operativ-logischen. Der eine Punkt ist, Slavijic hat natürlich recht, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie das gehen soll. Auf der anderen Seite, er hat vorhin berichtet, dass Intellektuelle engagiert werden sollen für Social Engineering, also als Advisors für die, die in Power sind. Das Gegenmodell dazu ist, was bei Ihnen ein bisschen durchschimmert, dass der leninischen Avantgarde, ich habe jetzt den größten Respekt vor Lenin, aber die Vorstellung ist, dass Leute, die sich besonders gut mit Marxismus auskennen, auch diejenigen sind, die den Leuten in Spanien sagen, wo es lang geht. Ich weiß es nicht. Avantgarde ist für mich jemand, der anfängt. Also der, der halt zuerst irgendwas macht. Das heißt, wenn ich da in Spanien wäre, hätte ich als allererstes mich mal geschämt, dass wir noch nicht so weit sind. Jetzt aber zu dem logisch-operativen Ding. Also, das Ganze fußt ja auf angeblichen Widerlegungen von Theoretikern, die vor dem Neoliberalismus waren und die ihn sozusagen aus der Taufe gehoben haben, Leute wie Hayek von Mises und so weiter, die ausgerechnet haben wollen, weiß der Teufel wie, dass das niemals klappen kann. Es kann deswegen nicht klappen, weil man braucht irgendeine zentrale Institution. Jetzt guckt euch mal an, wie heute Autos gemacht werden. Auf Wiedersehen, Hayek und Mises. Und man braucht irgendwo ein zentralisiertes Wissen. Also vom Internet wären die wahrscheinlich entsetzt gewesen, die beiden. Jetzt ist der Witz der, man kann natürlich sagen, Zeitverlust, Zeitverlust. Demokratie ist immer Zeitverlust. Wenn entschieden wird, wenn geredet wird, wenn Leute sich daran beteiligen dürfen und nicht nur Objekte sind ökonomischer Entscheidungen, dann wird immer gesagt werden, aber es dauert so lange. Jetzt ist aber so, dass die ganze Koordination heute sowieso viel schneller läuft. In den 70er Jahren, wenn eine Ölkrise war, hat es Monate gedauert, bis es aus der Energiewirtschaft in die Stahlwirtschaft umgeschlagen ist. Heute sind es Sekunden. Ich war auf einer Gewerkschaftsveranstaltung in Stuttgart, wo die sich einen Intellektuellen geholt haben, damit er ihnen mal das erklärt, was er auch nicht wissen kann, nämlich wie es jetzt weitergeht. Und da gab es also den Moment, wo eine Vertreterin nach der anderen aus der realen gewerkschaftlichen Betriebsarbeit oben stand und gesagt hat, wir wollen das nicht mehr, wir wollen die Verbetrieblichung nicht mehr, wir wollen das Aufsplittern nicht mehr, das Gegeneinander aufspielen von Betrieb und Zuliefererbetrieb. Und wir wollen überhaupt auch wissen, ob diese neuen Formen der Arbeit, der verteilten, der modularen, der computergestützten, der netzwerkgestützten Arbeit, Cloudsourcing und so weiter, Crowdsourcing, ob da nicht wieder tarifliche Sachen reingezogen werden können. Dann saß da oben ein Gewerkschaftsfunktionär, der hat sich die ganze Sache angehört, die ganze Zeit mit seinem iPad gespielt oder was er da hatte und hat am Ende gesagt, ja, das ist nicht mehr so einfach, man kann es nicht mehr nach Stundenlohn rechnen, man kann es nicht mehr nach Stücklohn rechnen. Diese alte Form der gewerkschaftlichen Arbeit, die einfach sagt, wir fordern, daran beteiligt zu werden, was wir für die Scheiße kriegen, das geht ja alles nicht mehr, weil es so kompliziert ist. Bullshit. Die Kapitalisten können es rechnen, sonst wären sie pleite. Also man kann es rechnen. Das war die logische Seite, die historische noch schnell. Also, es wird gesagt, das war ja so schlimm, Ostblock und so weiter. Jetzt möchte ich historische Debatten tatsächlich, das finde ich sehr gut, was Slavoj Žižek gesagt hat, nicht moralisch führen, sondern historisch. Das heißt, wenn man also sagt, naja, der Kommunismus ist eine autoritäre Kommandowirtschaft gewesen und so weiter. Wir hatten vorhin gehört, die Christen wollen auch nicht an die Inquisition erinnert werden. Man erinnere mal einen liberalen Demokraten, einen FDPler daran, wie die französische Revolution die Bürgerrechte durchgesetzt hat. Man erinnere diese Leute mal daran, wie die mit der Vendée umgesprungen sind, mit den Emigranten, mit den klerikalen Reaktionären, dass die Leute in der Seine versenkt haben und so weiter. Da möchte er auch nicht dran erinnert werden. Der entscheidende Punkt ist der, Hungersnöte zum Beispiel, gab es kurz nachdem die Sowjetunion gegründet war. Gut, Invasions- und Bürgerkriegsarmeen haben alle Eisenbahnlinien zerstört. Ja, da gibt es Hungersnöte. Der entscheidende Punkt ist der, Rosa Luxemburg, die an diesem autoritären Ding einiges und einiges sehr klug kritisiert hat, hat darauf geantwortet, als Kautsky und andere gesagt haben, ja, das kann man ja ausrechnen, Russland ist arm, Russland ist umzingelt, Russland ist halbfeudal, das kann ja niemals klappen. Wir als kluge Marxisten wissen, es geht nicht, also wieder eine Schranke, in dem Fall eine historische, keine logische. Denen kann man nur antworten, ja, aber der entscheidende Punkt ist, dass ihr, Sozialdemokraten und Alleswisser im Westen, ich zitiere Rosa Luxemburg, niederträchtige Hasenfüße seid. Wenn euch die russische Revolution nicht passt, macht eine andere. Danke. Also ich will vielleicht mal daran anknüpfen, was du gesagt hast, also die Frage, wenn du in den arabischen Ländern oder in Spanien und Griechenland wärst, du dich fragen würdest, warum ist das bei uns eigentlich nicht so und warum finden bei uns eigentlich keine Bewegungen statt. Und ich finde, also das Inspirierende an den Bewegungen im arabischen Raum ist ja zum einen die Frage, die schon angesprochen wurde, also dass auch Konflikte zwischen Religionen, die dort waren, die geschürt wurden, dass die beigelegt werden konnten, aber das zeigt ja auch, also die Bewegungen in den arabischen Ländern machen ja auch deutlich eigentlich die ganze Verlogenheit des Westens und die ganze Verlogenheit der europäischen Staaten, was diese Diktatoren anging. Also ich habe gelesen, dass Guido Westerwelle noch im letzten Jahr davon geredet hat, dass Mubarak ein Mann mit großer Weisheit ist. Und ich denke, dass wenn wir auch hier diskutieren, wie können wir diese Bewegung unterstützen, wir auch über die Rolle unserer eigenen Regierungen sprechen müssen. Da geht es einmal um die Frage der Waffenlieferung und über Diktatoren, die jahrelang unterstützt wurden, weil man gute Geschäfte gemacht hat, Öl- und Gasgeschäfte, gerade mit Gaddafi, weil man wollte, dass Gaddafi dafür sorgt, dass Europa die Flüchtlinge vom Hals gehalten werden. Und deswegen finde ich auch die ganze Frage zu der Bombardierung von Libyen ist ja auch deshalb einfach so heuchlerisch und verlogen, weil auf der einen Seite Tripolis bombardiert wird im Namen der Menschenrechte und gleichzeitig die europäischen Staaten zulassen, dass im Mittelmeer, also vor der eigenen Haustür, hunderte von Menschen ertrinken, die auf der Flucht sind vor deutschen Waffen und vor europäischen Waffen. Und deswegen finde ich, dass die Europäische Union auch so lange schweigen sollte, zu der Frage der Menschenrechte zu sagen, den Menschen nicht geholfen wird, solange diese Menschen nicht aufgenommen werden. Zu den Bewegungen in Spanien und Griechenland. Ich finde, das Interessante, was ja dort passiert, ist, dass die Machtverhältnisse durch die Krise sich total verschieben innerhalb der Europäischen Union oder zumindest weiter zu einer Stärkung kommen. Angela Merkel hat ja gesagt, Deutschland wird stärker aus der Krise herauskommen, als Deutschland reingegangen ist. Und ich glaube, es hat niemand so richtig ernst genommen, aber jetzt zeigt sich ein bisschen, was sie damit gemeint hat. Nämlich, dass Länder wie Deutschland diese Krise auch nutzen, um Staaten wie Spanien, wie Portugal, wie Irland, wie Griechenland, ja, ich sage mal, ähnlich zu behandeln, wie der IWF die Entwicklungsländer in den 80er Jahren behandelt haben. Nämlich mit Strukturanpassungsprogrammen. Also zu sagen, wir geben euch Geld, aber die Bedingung ist, dass ihr den öffentlichen Dienst abbaut, dass ihr weitere Privatisierungen zugunsten von ausländischen Investoren macht. Unsere Waffen sollt ihr natürlich weiterkaufen, aber ansonsten erhöht bitte die Mehrwertsteuer und guckt, dass sie die Staatsausgaben runterfahrt. Und ich finde, das Interessante in den Bewegungen ist, dass sie, also das ja überhaupt keine, das nicht von Parteien organisiert ist, sondern dass das ja total spontane Bewegungen sind, die dort passieren, dass der Riss auch durch die Parteien geht. Und ich finde auch hier, dass wir in Deutschland die Debatte führen müssen, wie können wir diese Bewegung unterstützen. Nämlich auch dadurch, dass wir dieser unglaublichen Hetzkampagne von den faulen Griechen, von den frühverrenteten Portugiesen, der etwas entgegensetzen und klar machen, unsere Chance ist, eine internationale Solidarität zu entwickeln mit Bewegung und uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, weil beispielsweise die Erhöhung der Lebenszeit, Lebensarbeitszeit in Deutschland mitnichten erträglicher oder besser wird, nur weil wir sie in Portugal oder in Griechenland auch durchsetzen. Letzter Punkt. Ich finde, wir müssen aber natürlich die Frage auch stellen, wieso haben wir in Deutschland keine Bewegung? Also warum haben wir in Deutschland nicht in Situationen, dass wir ein sehr niedriges Niveau an Klassenkämpfen haben, sehr wenig Kämpfe. Wir haben einen heißen Herbst, den wir eigentlich haben sollten, der quasi ausgefallen ist, wo ich finde, wo wir auch diskutieren müssen, woran liegt das? Und das hat sicher was damit zu tun, dass Deutschland anders aus der Krise herausgekommen ist als andere Staaten. Das hat sicher was damit zu tun, dass es natürlich auch einen sehr starken Kooperatismus gab von Seiten der Gewerkschaften, auch mit der Regierung. Es gab Kurzarbeitergeld und so weiter. Aber ich finde, wir müssen diese Frage auch diskutieren, wie schaffen wir es, in Deutschland Bewegungen auf die Beine zu stellen? Wie schaffen wir es hier, das auch hinzukriegen? Weil die Frage nach der zukünftigen kommunistischen Idee bleibt ja vollkommen abstrakt, solange wir keine Bewegung haben, die ernsthaft dieses System in Frage stellen. Ich habe gerade das Buch gelesen von Stephan Essel, das sicher viele von euch auch gelesen haben. Es empört euch. Ich finde ja, das ist so ein bisschen der Anti-Sarrazin. In Deutschland war leider Sarrazin auf Platz 1 der Bestsellerlisten. In Frankreich war Stephan Essel auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Deswegen finde ich, sollte man in Deutschland ganz viel dieses Buch kaufen, das er möglichst schnell auch Sarrazin ablöst. Und ich finde, er macht ja den guten Punkt zu sagen, es gibt genug Grund, sich zu empören und aufzustehen, und aktiv zu werden gegen die Situation, die wir heute haben. Und ich finde, dass man das Buch auch bekannter machen sollte und auch darüber diskutieren sollte, wie wir es schaffen, auch in Deutschland wieder zu einer, ja, ich sage mal, zu einem anderen Niveau von Klassenkämpfen zu kommen, wie wir es auch in Deutschland schaffen, die sozialdemokratische Hegemonie, die wir haben in den deutschen Gewerkschaften, die ein Stück weit zurückzudrängen, damit Gewerkschaften auch wieder anfangen zu kämpfen für die Rechte von Arbeitnehmern. Danke. Ich bin schade, aber auch sehr glücklich, dass ihr das relativ gut Hollywood film, Paul Andersen, »There Will Be Blood«, dass wir quasi auf dem gleichen, da ist nicht viel Blut hier. So just a couple of, not yet, a couple of points. First, I totally agree with you about this historical moment. I would just like to add two variations on the same motive. First, you know, when people are telling me, but you want to be communist, didn't communism mean blah, blah? I'm tempted to answer them. Look, look at the countries where communists are still in power today, China, Vietnam. They are now on your side. They are more the most effective capitalist country. So I'm sorry, but party rule is from now on your problem. Of neoliberals. They have to explain how is it possible that the most effective capitalist countries are run by communist parties. Second point, when I hear, I totally agree with you, this boring stupidity, communism, everything it wanted to organize. Wait a minute, every serious social study of how Stalinism effectively functions tells you that, and you must notice that, beneath the surface of totalitarian organization, it was really an extremely chaotic society. Nothing functioned. You get to improvise, to bribe all the time, and so on. So paradoxically, I would say the problem of Stalinism was chaotic, not enough organization planning, and so on. Next thing, you said something very deep about we have to question ourselves also, our role in this. Yes, because nonetheless, I'm not saying we shouldn't accuse Europe of hypocrisy. Namely, did you notice how till now, the spontaneous racist prejudice of Europe, till now, I mean till Egypt, was Arab crowds can only be mobilized on the basis of anti-Semitism, nationalism, religion, but not for a democratic, secular cause. Now, officially, we got precisely what Western liberals wanted there. And instead of being glad, we are in total anxiety. You know, and that's a good lesson of how ideology functions, that when you demand something, you really are afraid, you don't really want to see it by the others. It's a little bit like, I cannot restrain, I cannot resist an obscenity. Did you see Francois Trifo, not very good film, American Night, where a guy wants to sleep with a lady, she doesn't say yes, so finally, she finds herself, they found themselves near a lake, alone for one hour, and he says, please, now we have the opportunity, let's do it. And she said, okay, why not, and started to pull down her trousers, and she's totally, oh my God, how do you mean, just like this, or what, and so on. It's a little bit like us in Egypt. We've got what we officially wanted, and we are afraid, because of course, we didn't really want that. The last thing, especially, I am ashamed, and here I hope we share it. You remember our friends, under quotation marks, from what once was called LSE London School of Economics, now they should rename themselves as Libyan School of Economics. Can you just imagine if we were to get some money from Gaddafi, we would be all, ah, now we know they are totalitarian, and so on. Shamelessly, they got millions from Gaddafi, and so on, and they dare to accuse us of closet totalitarians, or whatever. To conclude with this logical point, you know, unfortunately, there is one strong element for communism. I agree with you, all the problems we have, and so on, and so on, but the problem are not we. The problem is that it's more and more clear that capitalism, in the way that we, some of us liberals, maybe liked it a little bit, functioning welfare capitalism, is becoming more and more impossible. The problem is that, my God, the utopia, us, we are not the utopians. The only true utopia today is that with a little bit of austerity and so on, welfare state, capitalism, will come back, and so on. That's the true utopia. The true utopia is that things can go on. So it's not a problem will we have enough imagination to invent something new. My God, we will be pushed into it. Thank you. Yeah, I don't, I don't want to, any parallels to be drawn with the guy in the Truffaut film, but I have to say, but I have to say, I can't remember who it was now. Might not be very attractive, but I, shush, 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 sorry, it's a great mistake to pause with Slavoj because he jumps in with some obscenity, but what I wanted to say was that I did really want it in Tahrir Square. I mean, I've had a connection with the left and the anti-imperialist movement in Egypt for going back 20 years and it was, to be honest, it's a dream come true to see the incredible moments that have taken place in Tahrir Square and Slavoj himself has written very well about the miracle of Tahrir Square but I wanted to connect that with another point which is to do with what Dietmar said about the question of vanguards and so on because I don't think it's ever true that there's a truly spontaneous movement. Gramsci is very good about this. he says that if you say a movement is spontaneous it means you don't know who organized it and that's very true. That's very true of the movement in Tahrir Square. I know who organized it. It was organized by human rights activists in a problematic way, a section of the youth of the Muslim Brotherhood and it was organized by leftists, revolutionary socialists in the Marxist tradition, actually in the tradition of Marx 21 among other things and it was organized by Nasserites and the really, the real mystery if we're talking about miracles, miracles always involve mystery, the real mystery is these were people who'd been demonstrating for 10 years and only 100 or 1,000 people would come out and they'd be beaten up by the riot police why was it now that they were able to bring so many people with them? Why was it when they went to the working class neighborhoods of Cairo tens of thousands of people joined them and came with them to Tahrir Square and fought the police and drove the riot police off the streets on the 28th of January which is I think one of the great historic moments of my lifetime when that happened so that there's always a dialectic between those who are organized and much larger larger numbers of people and in that context I want to stand up for vanguardism I'm an unapologetic vanguardist in the sense that I think as I think Dietmar said there always have to be initiators the problem comes when the initiator thinks that when people move in large numbers that's the that's essentially the achievement of the initiator rather than understanding there are much deeper processes that are going on and that the point of the organization has to be to create the conditions or help create the conditions in which people can liberate themselves but I think that the I think this brings to me to since Slavoj was suggesting maybe we're agreeing with each other too much one of the things I mean Slavoj has written brilliantly on why Lenin is a figure for our times well there's one thing about Lenin that is central to his life work which was that he was a guy who built a party namely the Bolsheviks he was an he was an organization man as well as many other things and it seems to me that aspect of Leninism is missing when Slavoj writes about Lenin but it seems to me tremendously important I mean most of the people here I suspect are involved in this very important political project of De Linca which is in many ways the most hopeful thing happening on the radical left in Europe and which is building a party and trying to challenge the you know appalling corrupt bureaucratic mess of the mainstream party system so once we once we start talking about developing movements we have to talk about organization and also about parties thank you um okay I'm going to say this in English to you directly um okay but I mean the guy next to you you know there are two people over there um I'm also a strong believer in vanguardism all that I meant was that uh you know scriptural analysis in a Marxist sense doesn't qualify you to be the kind of initiator or alone you know or coordinator that you mean I'm absolutely a believer in what Louis Pasteur says chance favors the prepared mind so historically in Germany especially not having had a political organization when chance struck at the end of the first world war I think we all know what happened there so I'm absolutely in agreement with you there eine zweite Sache jetzt auf Deutsch wir haben alle jetzt geredet über sozusagen die internen Verschiebungen die passieren in den früher hat man gesagt Metropolen also in den reichen kapitalistischen Staaten und was gleichzeitig in Arabien und woanders passiert in der Tat ist es sehr interessant und erinnert ein bisschen aber eben eher von Ferne an Konstellationen wie 68 also einerseits Vietnamkrieg imperialistische Geschichten andererseits Unrest an den Universitäten dass sich da was verschiebt gleichzeitig Slavoj Zizek hat es ja richtig gesagt dass dieser anti-arabische Rassismus also diese Verachtung gegenüber ausgepressten bombardierten und gearschten Weltgegenden ja die seien sowieso nicht demokratiefähig dass die sich bewegt und ich habe einen schönen Beleg dafür der die Dynamik vielleicht ein bisschen zeigt zwischen sogenannten erster Welt oder Metropolen und diesen anderen ausgepressten bombardierten verarschten Gegenden ich war zwei Wochen nach dem Tsunami und dem Erdbeben in Japan und mir ist eine Zeitung in die Hände gefallen dort die Daily Onimuri die so ein bisschen eine Presseschau eine internationale organisiert in englischer Sprache für die Leute die in Japan sind und kein Japanisch können und es war sehr interessant auf der ersten Seite waren Geschichten über Fischer waren Geschichten über die Leute von Tepco die die Scheiße räumen müssen und so weiter und dann stand relativ kontextfrei eine Karikatur auf einer der Seiten die vom Westen und von den anderen reichen Staaten handelten in Wisconsin ich hatte es vorhin schon gesagt gibt es einen reaktionären Gouverneur der mit einer Budget Repair Bill also einer Art neoliberalen Hardcore Reform die Gewerkschaften in die Fresse hauen wollte und das war nun die Zeit wo gleichzeitig der Westen gesagt hat wir brauchen eine No-Fly Zone over Libya because they don't respect democracy there die Karikatur zeigt einen Arbeiter da steht auch drauf Working Class obwohl es aus einer amerikanischen Zeitung ist und der guckt so ein bisschen bedröppelt weil die so zusammengetreten werden die Gewerkschafter in Amerika und in der Sprechblase steht maybe we need a No-Fly Zone in Wisconsin Ich will mal ansetzen an dem was Alex gesagt hat an der Frage Die Linke in Deutschland als die Hoffnung für Europa Ich weiß ja nie ob ich da froh drüber sein soll oder nicht dass wir jetzt quasi als Deutsche Linke die Hoffnung Europas sind weil das natürlich auch zeigt also es zeigt natürlich dass wir in Deutschland etwas geschafft haben was wir nicht für möglich gehalten haben nämlich relevante Kraft links der SPD aufzubauen und dass ein Zeitfenster genutzt wurde um diese Partei zu gründen und ich bin auch der Meinung dass trotz aller Unzulänglichkeiten aller Kritik man um diese Partei auch kämpfen muss und um dieses Projekt weil weil das Problem ist ja wenn wir sagen die Linke ist ein Stück weit auch eine Hoffnung für die europäische Linke dann deutet das ja nicht nur auf die Stärke der deutschen Linken hin sondern vor allem auf die Schwäche von der Linken in anderen europäischen Staaten und wir haben vor ein paar Jahren haben wir noch geredet über die italienische Linke über die Reformation als die Hoffnung Europas wo wir Ende der 90er Jahre die starke Sozialforumsbewegung gegeben hat in Italien wo eine Partei auch mit einer Bewegung groß geworden ist aber letztlich nach einigen Jahren der Regierungsbeteiligung und auch an den eigenen Widersprüchen nicht kaputt gegangen ist aber zumindest in eine sehr schwierige Krise gestürzt ist und jetzt die italienische Linke keine Antwort keine Hoffnung mehr gibt für die Menschen die sie gewählt haben und deswegen finde ich wir müssen uns anschauen was in Europa passiert weil das so klar zeigt dass wenn die Linke enttäuscht und wenn die Linke keine Hoffnung bietet für Menschen dass dann die Rechte profitiert und das sehen wir in Finnland und das sehen wir in Ungarn und das sehen wir in Österreich und das sehen wir in ganz ganz vielen anderen Ländern natürlich auch in Italien sehen wir es dass wenn die Linke keine Antwort hat dass wir dann das Problem haben dass die Rechte stärker wird und deswegen bin ich der Meinung dass wir auch hier in Deutschland diskutieren müssen über die Rolle die die Linke spielen kann und ich würde mir wünschen dass die Linke sehr viel öfter über Kommunismus diskutiert wie wir das heute Abend tun und wir haben ja zu Beginn des Jahres eine sogenannte Kommunismusdebatte gehabt ausgelöst von einem Zeitungsartikel der Parteivorsitzenden was aber eine Debatte war die überhaupt nicht geführt wurde über die Frage des Inhaltes sondern es war ja eine Diskussion die uns aufoktroyiert wurde der bürgerlichen Presse von den Konservativen über die Frage ob man den Begriff Kommunismus noch verwenden kann und ich glaube dass wir als Partei dann teilweise auch einen Fehler gemacht haben weil wir nicht offensiv drauf reagiert haben wir haben nicht offensiv drauf reagiert und haben gesagt wenn wir mal über was reden müssen dann ist das der Kapitalismus wir haben nicht drauf reagiert indem wir gesagt haben was wir uns unter Kommunismus vorstellen sondern wir haben eigentlich eher defensiv darauf reagiert anstatt auch diese Diskussion als Chance zu nutzen auch zu zeigen was eine alternative Gesellschaft sein kann deswegen glaube ich dass wir diese Debatte auch führen müssen und nicht abstrakt sondern auch an den Herausforderungen der heutigen Zeit ich will noch mal einen Satz oder ein paar Sätze noch mal zu dieser ganzen Frage der Planung sagen und auch zu dieser ganzen technischen Frage weil eigentlich ist ja die Frage man sagt Planung das funktioniert nicht aber die Frage ist ja eigentlich gar nicht Planung ja oder nein weil im Kapitalismus bin ich der Meinung wird so viel geplant so viel würde man im Sozialismus niemals planen also es gibt jeder einzelne Konzern hat einen Fünfjahresplan und natürlich wird geplant die Produktion natürlich wird geplant wie man das Ganze finanziert wie man es bewirbt wie man es versichert das ist ja alles eine Planung die stattfindet das Problem ist zweierlei nämlich erstens dass natürlich nur auf der betriebswirtschaftlichen Ebene geplant wird und nicht auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene und das einfach dazu führt dass es natürlich über die Konkurrenz auf dem Markt immer wieder auch zu Krisen stürzt weil der Markt natürlich total chaotisch funktioniert weil jeder versucht höhere Marktanteile zu bekommen und man am Ende Überproduktionskrisen hat weil man eben keine gesamtwirtschaftliche Planung hat und deswegen finde ich die Frage nicht ist Planung technisch möglich ja oder nein sondern die Frage ist wer plant in welchem Interesse plant gibt es eine demokratische Form der Planung also Planwirtschaft wenn sie so aussieht dass die SED das geplant hat dann ist das keine demokratische Form der Planung aber können die Menschen selber demokratisch nach ihren Bedürfnissen planen und vor allem eben auch gesamtwirtschaftlich deswegen finde ich dass wir solche Fragen auch diskutieren müssen weil ich der Meinung bin und das ist auch in der Linken natürlich umstritten ich glaube nicht dass wir jemals eine Form finden wie der Markt es schaffen wird Güter so zu verteilen dass man in irgendeiner Form zu Gerechtigkeit kommt sondern ich finde wir müssen überlegen wie eine andere Form der Marktwirtschaft wie eine andere Form der Wirtschaft aussehen kann jenseits des Marktes und ich glaube dass wir da überlegen müssen wie man zu einer anderen Verteilungsform kommen kann und nicht an dem Modell auch der Marktwirtschaft und der Konkurrenz zwischen den Betrieben auch festhalten kann weil ich glaube dass es nichts bringt wenn wir einzelne Betriebe versuchen zu demokratisieren mehr Beteiligung mehr Belegschaftsbeteiligung von mir aus mehr Mitbestimmung hinzukriegen am Ende gibt es die Konkurrenz zwischen den Betrieben und die wird letztlich dazu führen dass natürlich die Frage des höheren Profits durch Ausbeutung überhaupt nicht aufgehoben wird wenn wir nicht eine gesamtgesellschaftliche Lösung haben und keine betriebliche Applaus wir versuchen zu werden ein paar Punkte zu machen aber ich glaube mit dem du gesagt hast über wie die lefte muss antihimmigrant righte antihimmigrant 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 aber ich denke dass der rise von so-called again ich nicht den term islamofaschism ist precisamente die andere Seite ist die desapparanz der secular left in den Arab Ländern das mit der voll support der West show mir so-called fundamentalist oder whoever Saddam Osama bin Laden was 20 years ago an American agent oder I mean das ist für mich der family trouble aber mehr seriously first was du gesagt über avant-gardism I again my Gott where ist die blood deeply agree because you know why let me tell you an anecdote told to me by Terry Eagleton which I like I think I am not sure it was Eric Hosmann visited a factory and wanted to play this you know democratic non-elite role and he started with listening my fellow workers I am here just to share experience with you I don't know more than you you know we just have to debate you are equal to me and one worker gave him a lesson he stood up and said in these words fuck off you should know more you are paid to know more you should tell us what this shows how I totally agree with you this myth of pure spontaneous self organization this is not workers myth this is intellectual myth this is the intellectual false idealization celebration of workers let me go on another touchy point about Egypt you know some of my Jewish friends have this fear you know like but will this led to the explosion of antisemitism my god I don't know many manipulations can happen in short term although we should make it clear from what I know it was only Mubarak whose agents were spreading the word in the country side of Egypt that behind this unrest are Zionist agents but basically listen a good friend of mine a top Slovene journalist was also there and he told me he did something morally problematic but I claim wonderful he was for three weeks also there on Tahrir Square and he was asking people all the time provoking them do you think the Jews are behind this and so on not one fell into it they were all telling him listen this has nothing to do with Israel this is our problem and so on so on so my God mightiest weapon in the long term against anti-Semitism what we should fear is another thing listen if there is a political force in the nature of which is to be anti-Semitic it's American Christian fundamentalist right-wing Zionists should ask themselves how comes that now they are supporting Zionism the truth of it was said maybe you know it a couple of years ago there was a wonderful caricature in the press the Austrian daily newspaper showing two this kind of stocky neo-Nazi guys commenting an attack leftist on Israeli politics and one says to the other look isn't this a clear case of how a fully justified anti-Semitism is misused for unfair critique of Israeli politics and so on that's the truth I mean the Israeli establishment is playing here extremely dangerous games just surprise or not to really finish now you know what we can do in a very pragmatic way like I don't know German politics I have problems with La Fontaine but nonetheless what he tried to do before he was sacked by Helmut Schmidt the basic the basic idea was this state control over Schroeder sorry I repress it okay okay I didn't say what I said you know this idea of states should control large scale financial especially international movements and he was decried I think by economists or whom as the most dangerous man in Europe madman and so on wait a minute look at the most successful capitalist countries today Malaysia Singapore China they are all doing this that's the tragedy my answer is capitalism itself is unable to take care of itself properly and to be a little bit cynical they will need us even to fix their own problems that's the problem thank you very much vielleicht kann ich noch eine Frage einflechten in der bestimmung aus dem kommunistischen manifest sprechen marx und engels über die kommunisten ja als die den teil der bewegung der in den bewegungen die diese voranbringt die sie verbindet die sozusagen neue punkte aufbringt und dadurch sozusagen die die bewegung hin zu kommunismus möglich macht und ich mich würde interessieren ob ihr wo seht hier die kommunisten also wer sind diese kommunisten heute im sinne von wer spielt diese rolle und wer kann sie spielen oder wer müsste sie spielen um sozusagen nicht nur über die einzelnen spanish revolution und greek revolution zu sprechen sondern eine bewegung zu haben die weiter voranschreitet und die die herausforderung einer globalen bewegung aufgreifen könnte you you play with concepts and I think sometimes you have to be careful because it is used by people like Christopher Hitchens to legitimate support for the war on terror but also because if we look at increasingly the front line of racism in Europe today is Islamophobia so that for example in Britain the fascists support Israel it's a profound ideological shift but it reflects their identification of the issue of Islamophobia as their way into getting mass support anyway that was a side point I think answering Christina's question means coming back to what Janine was saying because I think that we have to accept that the left the radical left in Europe and indeed on a world scale is extremely weak and it's extremely weak because we carry not simply the burden of our own mistakes which are quite large quite substantial but we also carry the burden of the much more disastrous catastrophes inflicted both by Stalinism and social democracy and the way in which that is drained legitimacy away from the idea of the left so when Christina says where are the communists I mean it's easier to answer the question in Germany because however problematic it may be to describe Die Linke as the sort of key place where communists or potential communists gather together nevertheless it seems to me true I think that what we're we're at this I think we're in the early stages of a process of renewing the radical and revolutionary left after a long period of defeats and it's going to involve a lot of work a lot of self criticism a lot of modesty often because we can be extremely arrogant and blind for us to help to reconstitute a movement that would be worthy of the name communist and worthy above all in the sense in which Marx and Engels use in the manifesto where communists aren't separate from the movement but a part of the movement but help to give it the kind of focus and direction that is necessary to destroy capitalism so I think we're just at the beginning I'm relatively hopeful though because I I think that we can see that there's a process of renewed interest in Marx himself and the ideas of Marx but also in the as we've been discussing tonight in the idea of communism which takes us beyond a purely partial critique of capitalism or even the limited critique of neoliberalism which has substituted for genuine anti-capitalism in recent decades I think we're going beyond that to a more robust challenge to capitalism as a system and we have to be part of that all of us here both in contributing to a more profound theoretical understanding but being involved in the real practical movements and struggles and processes of building organizations that can bring a new communist movement back into reality freier markt must so sein gehört so die linke hat was gelernt die rechte hat nichts gelernt das ist der eine punkt der historische der theoretische ist wenn die beiden entscheidenden fragen für eine demokratisierung jetzt sind energie und information wie immer wieder gesagt wird also weil doch der poschart sagt das ist ein alter hut der ganze marxismus dann kann man es so sehen da wird versucht mit Wörtern wie energie und information dinger zu machen aus sachen die marx und engels schon gesehen haben als relationen als verhältnisse energie das ist nichts anderes als das was im marxismus produktiv kräfte heißt information das nichts anderes als was produktions verhältnisse heißt im marxismus und deshalb können marxisten und leute die historische erfahrung im kopf haben und leute die die the theoretische erfahrung im und eventuell in den diskussionen wenn es geht auch zum beispiel so sachen sehen wie dass es den freien markt nie gegeben hat dass der immer mit gewalt durchgesetzt wird dass es immer so läuft dass sozusagen leute wie newt gingrich oder andere super freie markt leute die größten dirigisten die größten protektionisten die größten sucker an der zitze des öffentlichen was auch immer sind also diesen christina hat ja die frage gestellt wo bewegungen sind und welche rolle auch kommunistinnen und kommunisten in solchen bewegungen spielen können und ich denke jetzt erstmal ganz grundsätzlich muss man kommunistinnen und kommunisten in bewegungen daran erkennen dass sie vor allem bewegungen auch weiter vorantreiben und sie nicht abwürgen also ich glaube wir brauchen einen praktischen nutzen einfach davon es macht ja keinen Sinn in Bewegung zu gehen und irgendwie eine am Reißbrett entworfene kommunistische Gesellschaft wie eine Monstranz vor sich her zu tragen sondern wir müssen ja ableiten aus der heutigen Situation was Notwendigkeiten sind und ich denke wenn wir jetzt mal über eine Bewegung reden die glaube ich nicht besonders verdächtig ist durchdrungen von Kommunisten zu sein nämlich zum Beispiel die Anti-Atomkraft Bewegung die ist eher grün als kommunistisch würde ich sagen mehrheitlich die letztes Wochenende wieder 160.000 Menschen auf die Straße gebracht hat dann ist die Frage ja ganz konkret welche Rolle kann man darin spielen und welche Ausrichtung kämpft man in dieser Bewegung kämpft man darum dass eine Bewegung letztendlich kanalisiert wird auf Parlamentswahlen also wieder auf ein Stellvertretertum oder kämpft man dafür dass es eine Bewegung ist die selber auch das in die Hand nimmt die zum Beispiel eben das Atomkraftwerk in Brockdorf blockiert um klar zu machen dass man den Atomausstieg will die Frage ist ob man in einer solchen Bewegung die Frage nach dem Eigentum aufwirft nach dem großen Ganzen nach der Frage was eben Kapitalismus zu tun hat mit der Frage der Energiewende klar macht dass es natürlich auch dieser Gesellschaft geschuldet ist dieser Wirtschaftsform geschuldet ist dass große Konzerne eine derartig große Macht haben dass sie de facto Regierungen und Parlamente erpressen können und ihren Willen aufzwingen können und deswegen finde ich müssen wir an solchen Bewegungen punktuell Nutzen bringen für diese Bewegung aber auch darin die Frage des großen Ganzes diskutieren und das gilt natürlich auch ganz besonders für die Streikbewegung auch da ist die Frage ob man da solidarisch mit den Menschen auf ihrer Seite steht und mit ihnen kämpft und auch dafür argumentiert auch weiter zu machen oder ob man letztendlich solche Bewegungen abwirkt und das ist ja die Rolle die SPD die Sozialdemokratie gespielt hat also das Problem ist ja dass die Sozialdemokratie dadurch dass sie immer letzten Endes immer wenn sie im Zweifelsfall vor der Entscheidung stand ob sie den Kapitalismus schützen will oder nicht sich immer dafür entschieden hat den Kapitalismus zu schützen und dieses System beizubehalten und Sozialdemokraten finde ich angesichts von Bewegungen sind vor allem von Angst geprägt Sozialdemokraten haben immer Angst weil sie Angst haben davor dass eine Bewegung eine Dynamik entfaltet und am Ende eine Radikalisierung entfaltet die das bestehende System infrage stellt und deswegen würde ich sagen haben Sozialdemokraten in der Regel ein instrumentelles Verhältnis zu Bewegungen die sie gerne anschalten und ausschalten vor Wahlen um mal vielleicht irgendwie ein Zeichen zu setzen aber letzten Endes ist die Message die sie rüberbringen wählt uns und wir machen das für sie und deswegen finde ich die Rolle von Kommunistinnen und Kommunisten in der Bewegung muss sein den Menschen zu sagen dass sie es selber machen müssen und das finde ich muss auch die Rolle das muss auch die Rolle der Linken sein also ich glaube es ist ein Fehler wenn wir als Linke wo auch immer in die Wahlkämpfe gehen und den Menschen versprechen was wir alles für sie durchsetzen weil es eine Illusion ist deswegen finde ich sollte man im Übrigen auch mal darüber reden wer in dieser Partei eigentlich realos ist und wer nicht also ich glaube dass die Ansicht also ich glaube also ich halte mich also ich halte mich auch für einen realo weil ich es für einfach vollkommen unrealistisch halte im Kapitalismus über Regierungsbeteiligung und ohne auf das Setzen von Bewegung Verbesserungen erreichen zu können deswegen muss man vielleicht auch diese Frage dieses Mal in Frage stellen und zu der also deswegen finde ich wir sollten als Linke aufpassen ob wir wirklich Hoffnungen schüren wollen bei Menschen auf schnelle Veränderungen durch Wahlen alleine und wir sollten aufpassen ob wir denen das Blaue vom Himmel versprechen was wir alles für sie durchsetzen was wir nicht können das können wir nicht mit sechs Abgeordneten im Hessischen Landtag das können wir nicht mit 76 Abgeordneten im Bundestag und das können wir auch nicht selbst wenn wir eine absolute Mehrheit in den Parlamenten haben dann haben wir immer noch die Situation dass die reale Macht in dieser Gesellschaft nicht in Parlamenten liegt sondern in der Wirtschaft und dass letzten Endes da auch die Veränderung stattfinden muss und deswegen zum Schluss ich denke wir sollten aufpassen ob wir die Hoffnung schüren in Regierungen und Parlamente sondern den Leuten klar machen dass wenn sie etwas verändern wollen dass sie dann selber kämpfen müssen und dass die Linke an der Stelle an ihrer Seite steht dass wir Parlamente nutzen um Bewegungen um Forderungen von Bewegungen auch zu artikulieren aber wir sollten eben nicht uns der Illusion hingeben dass wir diese Gesellschaft aus den Angel heben können über Anträge und reden in Parlamenten dass die Situation ist getting bad was wenn es ein Teufel- Plan hier dass sie mit dem und lassen sie die Krise der Economischen Krise befinden, mit einem radicalen, vielmehrer, der Standard zu reduzieren. Und dann werden sie sehen, in anderen Worten, die Zukunft der Krise in der Naomi Klein-Klein-Sense der Sock-Therapie zu introduieren, eine neue Autorität. Hier sehen wir die dunkle Optionen. Aber zu Ende, Sie wissen, ich bin Angst, diese Frage in advance zu answern, wie, wo es beginnt wird, wer wird. Sorry für diese Obszene, aber es ist wie, wenn du in Liebe fallst, es ist contingent, nur nach hinten kannst du die Geschichte erzählen. Oh, von dem ich geboren wurde, die Signen fiel zu dir. Aber du kannst es nur auf der Ende sagen, wenn du sie kennenzulierst. Es ist das gleiche hier, wir wissen nicht. Vielleicht wird es ein ökologischer Bewegung, wo wir, wie Sie sehr schön beschrieben haben, zu brechen diese Tabüe. Die einzige richtige Weg zu tun ist, ist durch die Multi-Party-Elektions, wie wir es kennen, und so weiter und so weiter. Vielleicht wird es, wiederum, Ecologie. Vielleicht wird es, vielleicht wird es, vielleicht wird es, vielleicht wird es, Sie haben es schon gesagt, Information, Intellectual Property, und so weiter. Extremely importante Dinge sind da. Daher, zum Beispiel, so-called Clouding, war es, was Marx nennt, General Intellect, die öffentliche Spheer von Shared Knowledge, die wir alle brauchen, weil es unsere soziale Substanz, diese Spheer, die Spheer selbst, wird privatisiert. So, vielleicht wird etwas passieren hier. Horrige Dinge passieren hier, zum Beispiel, sind Sie aware, dass Apple, und wir wissen, wie viele Leute benutzen Apple Computers, dass sie, eine halbe Jahrzehnte, ich glaube, eine Exklusivung, mit Bill Gates, sorry, mit Bill Gates, mit Rupert Murdoch, dass Murdoch Empire, wird die Exklusivung, die Informationen zu iTunes, und so weiter und so weiter. So hier, wir können, in einem opportunistischen Sinne, ein bisschen offen sein. No, no one knows, und wie Sie, sehr schön gesagt haben, wenn, wo, will es explodieren, wer will das crucial push. The point is, to be ready. And here, we will be ready. Don´t worry about that. Applaus Any last comments? The last wisdom of the old Trotsky. It´s on. Yes, Slavoj reminds me of the great, that great Marxist play by William Shakespeare, Hamlet, where Hamlet says, the readiness is all. And so I think we´re in agreement on that. I just want to conclude, I don´t know if anyone else has things to say, but I think this has been a great debate. I think lots of very important things have been said. I think it´s interesting that we agree so much. I don´t think that´s simply the accident. I´d like to hope this isn´t simply a matter of the accident of... I saw the Stalinist threat in this, like... Oh, yeah, yeah, yeah. The accident of the selection of the panel, but maybe reflects the fact that we´re part of a collective learning process that is taking place internationally, which is helping to teach us how to be a new kind of left. I think it´s very important that this dialogue continues, and I´d like to invite everyone here, including Slavoj incidentally, to continue the debate at Marxism 2011, which will take place in London at the beginning of July, and which will involve thousands of socialists from all over the world, coming to debate the significance of revolution in the 21st century. One black radical disagreement. No, you showed your reaction, Ricard. Hamlet is a bourgeois individual. Troilus and Cressida is the true revolution. Thank you. Bestes Schlusswort gibt´s von mir nicht. Okay, dann mache ich halt ein Schlusswort. Es tut mir leid, dass ihr vorrangig als Zuhörer jetzt beteiligt wart, aber ich hoffe, dass ihr das genossen habt und Gedanken mit nach Hause nehmen könnt. Ich habe noch ein letztes Zitat von Antonio Gramsci, der mehrfach hier genannt worden ist. In Wirklichkeit lässt sich wissenschaftlich nur der Kampf vorhersagen, nicht jedoch die konkreten Momente desselben. Die Wirklichkeit wird in dem Maße vorhergesehen, indem man tätig ist, indem man eine willentliche Anstrengung einsetzt und folglich konkret dazu beiträgt, das vorhergesehene Resultat zu schaffen. Das geht an euch und an uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dietmar, Janine, Slavoj und Alex und hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Zwei ganz kurze Anmerkungen noch, bevor ihr zum Schluss Applaus kommt. Wer von euch in der Lage dazu ist, wäre es sehr nett, wenn ihr bei dem Wegräumen der Stühle helfen könnt. Das haben wenige Freiwillige am Anfang gemacht, das ist sehr anstrengend. Und wenn ihr weiter diskutieren wollt und weiter informieren wollt, kann ich euch noch ganz kurz auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift hinweisen. Die heißt nämlich Rückkehr der Kämpfe. Und da hoffe ich, werden wir weitere Analysen zu den kommunistischen Zukunften finden. Schönen Abend euch. Applaus